Hallöchen Freunde was geht ab meine Chabos und herzlich Willkommen zu einem ähm ja kleinen Informationsvideo was heißt ich sag mal Informationsvideo naja wie dem auch sein ähm es geht Spezielles wie ihr am Titel lesen könnt um Minecraft und zwar hab ich mal vor lange mal so ein Video hochgeladen dass ihr bei mir im Minecraft-Play Gast sein könnt und ich wie ich bin ich war so faul die ganzen Bewerbungen zu bewerten und so gebe ich ehrlich zu und ähm das war das Video hier und mal gucken wie viele Bewerbungen das war ich weiß ja nicht 77 ungefähr und ja jetzt wollen wir euch das wieder machen diesmal verspreche ich zu 100 Prozent dass ich das einhalten werde nur dafür gibt es dann auch andere ne was heißt Kriterien es gibt keine Kriterien aber ähm ihr müsst euch anders bewerben und zwar nicht mit Kommentar oder PN sondern ihr macht auf dieses Video hier ähm eine Videoantwort wo ihr euch vorstellen könnt einfach auch so wie ich den Bildschirm aufnehmen oder Minecraft-Socken wie nachdem und euch was erzählen also Name Nachname braucht ihr zu sagen Alter eure Hobbys vielleicht warum warum ihr gerne mitmachen möchtet und warum ich euch speziell auswählen sollte und ja so denkt euch noch was so aus und ja ähm mir ist es eigentlich egal auch wenn sich nur einer bewirbt ähm das dann nehme ich halt den und dann habe ich weniger Arbeit mit Serversuche und so also wenn sich keiner bewirbt dann habe ich gar keine Arbeit weil ich mache das nur euch also das weil ihr so gerne ja weil ihr immer so nachfragt und wenn ihr da kein Interesse zeigt dann äh ja mach ich nix und ja das war es eigentlich haut da rein und ahja ahja ähm hier Facebook könnt ihr mal sagen dass 200 Likes hier sind ähm wäre cool wenn ihr auf Facebook liken würdet würde auch so Pluspunkt geben naja ne Spaß aber wär cool ähm ich hab mir heute twittern gelegt könnt ihr auch äh folgen 7 Follower cool ne und und hab mir hier recht alles auf meinem Kanal askfm könnt ihr mir was fragen und Steam Gruppe habe ich aber auch etwas länger ähm ja das war's dann eigentlich haut rein und man sieht sich ähm im nächsten Video und ja tschö schabos